Die zehn besten Tanzgruppen der Schweiz treffen sich jedes Jahr zu einem ultimativen Showdown. Sie alle wollen den Titel mit nach Hause nehmen. Doch den Titel zu holen ist nicht einfach. Zuerst muss dein Team eine richtig, richtig gute Show zeigen. Dann muss dein Team innerhalb kürzester Zeit eine Challenge meistern. I call the game a smash on lock, dedication, prepare and eat lock. My ten tools grinding on the concrete, the show game for me on the block. Und als Prümmel zeigt dein Team in einem atemberaubenden Battle, was es drauf hat. Master's on stage. Die zehn besten Tanzgruppen der Schweiz treffen sich jedes Jahr zu einem ultimativen Showdown. Sie alle wollen den Titel mit nach Hause nehmen. Doch den Titel zu holen ist nicht einfach. Zuerst muss dein Team eine richtig, richtig gute Show zeigen. Dann muss dein Team innerhalb kürzester Zeit eine Challenge meistern. I call the game a smash on lock, dedication, prepare and eat lock. I call my ten tools grinding on the concrete, the show game for me on the block. Und als Krönung zeigt dein Team in einem atemberaubenden Battle, was es drauf hat. Master's on stage. Die zehn besten Tanzgruppen der Schweiz treffen sich jedes Jahr zu einem ultimativen Showdown. Sie alle wollen den Titel mit nach Hause nehmen. Doch den Titel zu holen ist nicht einfach. Sie alle wollen den Titel mit nach Hause nehmen. Zuerst muss dein Team eine richtig, richtig gute Show zeigen. It is the greatest show. Dann muss dein Team innerhalb kürzester Zeit eine Challenge meistern. Und als Krönung zeigt dein Team in einem atemberaubenden Battle, was es drauf hat. Masters on Stage